Willst du oder soll ich weiterspielen? Ja, gib mir. Okay, tauschen nochmal. Ähm, okay? Nix. Okay. Ich glaub nicht. Schlangen. Jump, spring eigentlich schon, ne? Das kann ich doch nicht. Waaah! Wieso, du kannst? Good jump! Next try. Geht näher an die Necke ran. Oder nicht? Ja. Oh mein Gott! Du hast mir Glück ganz verstanden. Ja, ich glaub auch. Ich wollte auch gar nicht zurück. Waaah! Scheiße! Geh mal runter. Da. Geh runter. Da. Ja, geh runter. Du musst drücken da unten. Nein, ich will, dass das Ding runter geht. Ach so. So. Jetzt. Ich zahle mich nicht. Ich guck auch jetzt. Es ist doch. So. Safe. Ja. Good job. Oh. Oh mein Gott. Dann spring mal. Ah, da kommen auch so Viecher. Die haben ja gerade gefressen. Okay. Dann sind die auch abgelenkt, wenn sie die mal fressen würden. Ja, da kommen immer mehr Viecher. Ich, ich spring jetzt einfach. Häääh! Oh, musst du wieder anfangen. Schon vorher. Mhm. Perfektes Spiel für mich. Okay, Leute. Das dauert jetzt ein bisschen. In der Zwischenzeit werde ich mal gucken, was es Neues auf Twitter gibt. Wie ist denn die Sachen gefallen im nächsten Screen? Ich weiß es nicht. Möchtest du mich verarschen? Wir haben euch nach Vorschlägen gefragt und bis jetzt haben uns neun Leute geantwortet. Wuhu! Aber vielleicht habt ihr ja unter diesem Video Lust, uns etwas vorzuschlagen, was wir spielen könnten. Vielleicht was mit springen über Steine. Das würde Janina besonders freuen. Ohne Scheiße, das gibt mir echt Mühe, ne? Mhm. Merke ich. Mach ich wirklich? Ja, glaub ich dir. Ganz vorsichtig jetzt. So. Ich trau mich nicht mehr. Bleib jetzt hier. Ich schwimm mal ne Runde. Ja, ich schwimm mal ne Runde. Komm. Maumel mal ne Runde. Danke. Und die Pflanze guckt zu, wie dich ne Schlange frisst. So ist das Leben. Das ist das Leben. Ich glaube, du schaffst das jetzt. Ja? Ja. Ich glaub's ja wenigstens einer. Komm, blubber Viecher. Vielleicht sind das arme Feen, die in diesem Wald herumschwirren und gefressen. Die sind das schon gewohnt. Komm, jetzt. Oh mein Gott. Auf den Stein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab Angst, ich bleib hier unten. Der taucht nach mir. Ja. Aber er weiß ja wann die runterkommen. Keine Ahnung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, 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 oh. Weise Entscheidung. Oh, 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 oh. Nein, da bist du nicht sicher, glaub ich. Ja, da bin ich nicht sicher. Dein Rücken hat noch rausgeguckt. Shit. Komm ich runter? Nein. Fuck, meine life. Du bist schon tot, der hat dich einmal in zwei gebrochen. Ja. Hab ich gesehen? Nee. Der hat dich so einmal durchgeknickt. Echt? Mhm. Oh. Ein bisschen doof. Boah, wie knapp war das denn? Mhm. Fuck, meine life. Leben am Limit. Bei dir. Ich hab voll Durst. Ich hol uns mal eben den 43er und Milch, okay? Oh, I'll get you. Okay. Du schaffst das schon. Leben am Limit. Ich glaube an dich. Ich hab's geschafft. Okay. Vorsichtig. 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 Warte. Nein, ich will nicht hoch. Ich geh hier hoch. Ähm. So. Cool. Springen wir in diese komische schwarze Liana. Das ist eine gute Idee. Bestimmt. Oh. Oh. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Ich hab keine Ahnung, wofür das gut ist, aber das ist bestimmt gut. Okay. Weiter da hoch. Ähhhh. Jalak? Okay. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Oh, please. Please. Komm, runter. Danke. Oh, Leute. Ihr wisst doch, dass ich nicht springen kann. Also... Warum? Warum lässt ihr mich springen? Ich bin nicht im Untertitel. Und dann was ich zum Beispiel. Ich kann nicht. Bitte, bitte. Oh, 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 oh. So close. Nein! No, fuck you! Warum? Also, dieses Spiel ist absolut das richtige Spiel für mich. Da kommt dann so mein wahrer Skill zum Vorschein. Ich frage mich, wie ich dieses Spiel als Kind ansatzweise gespielt haben soll. Ich habe absolut keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich bezweifle auch irgendwie, dass ich bisher gekommen bin. Wahrscheinlich habe ich noch nicht mit dem ersten Screen geschafft. Ich bewege mich jetzt erst, wenn die was frisst. Okay, ich gehe mal in dieses Loch und bleibe hier liegen. In diesem Loch ist es schön. Frisst ihr da oben bitte auch noch was? Wir werden wir ein bisschen wohler. Nicht? Dann muss das halt so gehen. Nein! Nein! Da! Hast du gerade gestorben? Nein! Gar nicht! Ich sterbe bei diesem Spiel doch nie. Ich bin der Heart of Darkness Pro. Der stirbt bei diesem Spiel niemand. Schon gar nicht ich. Ich stelle dir das mal hier hin. Ja, ich danke dir. So, was habe ich denn verpasst? Alles. Ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt. Mhm. Ja. Das ist jetzt so, das zweite Mal durchspielen. Und wenn ich das dann schaffe, dann kriege ich ein Bonus-Auffit. Ja, genau. Dann hat er Frauenkleider an. Muss ich live on. Da spielt mein einziger Hund. Oh Gott. Whiskas. Nee. Whiskas. Whisky? Whisky, ja. Los. Komm. Pflanze, please. Ich muss mich mal ein bisschen ausziehen hier. Mhm. Zieh dich aus. Muss man da warten? Ja. Weil sonst frisst die mich. Okay. Hab ich schon herausgefunden. Okay. Paarmal. Okay. Hopp. Nein. Nein, 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 nein. Es sind ja noch mehr. Ja, hier laufen. Ich bin die ganze Zeit schon ein paar Mal reingeflogen. Komm, ey. Friss bitte. Bitte. Halt. Danke. Nein, nein. Ich lauf einfach durch. Oh mein Gott. Ja, aber gut gemacht. Einfach so mehr Glück als Verstand. Und... Kann hier hochwerten. Und dann schieben. Alles kaputt machen. Oh, mit weg. Oh Gott. Gut gemacht. Muss man das? Ja, das muss man bestimmt. Ja, wenn eine Katze ihn kommt, denke ich. Oh, ernsthaft? Trank jetzt sogar mit Milch. Das ist so geil. Ich trinke natürlich nur Milch. Ich kriege gerade Lust, das alles zu synchronisieren, weil es das nicht auf Deutsch geht. Oder gibt es das auf Deutsch? Ja, ich weiß es nicht. Weiß das jemand? Ohohoho. Hallo. Nein. Scheiße, Mann. Oh, das ist aber groß. Schwimm. Ich lauf mal. Schwimm. Oh mein Gott. Ja, ich bewege mich. Ich renne einfach. Oh mein Gott. Please. Aus dem Wasser. Aus dem Wasser. Oh. Oh. Ich bin voll safe. Hier. Jetzt. Glaube ich. Wer ist Ellen? Hilf ihm! Er ist ein bisschen pink, ne? Was? Voll gut geholfen. Sieht eher aus wie so ein... Warte. Hallo. Ja. Ja. Hallo. Schlipp, schlipp, schlipp. Ah. 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 dieser gedacht,保fine? Ja. Also dasselbe share. Achrobot! Achrobot. Was ist deine Namen? Amico! Amigo, was? Amigo, amigo. Amigo, amigo! Amigo, amigo! Mm. Der Unschass, was macht der? Vielleicht wird er mit uns erstmal voll in die feindliche Bait rein. Hast du gewusst? Ne, doch! Ich hab jetzt da einen Soundeffekt. Ja, und so ist es? Nein, doch! Nein! Interessiert mich aber schon, ob das eine deutsche Synchro hatte. Ich muss das mal irgendwie recherchieren. Können wir ja irgendwann rausfinden. Oh nein, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Oh, Gott sei Dank bin ich hier unten. Oh, was ist das denn? Das fruste ich jetzt. Ne, ich leb noch. Nochmal, nochmal. Okay, das ist gut. Komm, wir gehen wieder. Können wir eigentlich unendlich lange die Luft anhalten? Siehst du aus. Also es ist ja keine Anzeige. Ja. Dann geh ich mal davon aus. Sonst wär das ganz schön doof ohne Anzeige. Ja, das wär echt doof. Siehst du immer, wie gut ich tauchen kann. Jo. Wahnsinn. Ich mag kein Unterwasser-Level. Kein Spiel. In meinem früheren Leben war ich bestimmt tauch. Fisch. Entfisch. Entfisch war ich früher. Oh. Ach, man kann da nicht zurück. Ach so, da sind Steine reingefallen. Ja. Oh. Ja, na, aber... Oh! Was ist das? Power-Schuss! Energy. Ähm. Power-Schuss. Oh. Fall der Power-Schuss echt mal. Auf D? Ja, auf D ist der. The Egg. I. Das waffelt ja falsch. Ist das denn ein Ei oder was ist das? Ei oder ein Samen oder so? Schuss. Oh. Falsch. Schuss? Ne. Power-Schuss. Oh. Oh nein! So. Perfekt. Woah. Und? Auch wenn ich das nicht gerne anfassen würde. Ich will da raus. Geht das nicht? Lass doch los. Ja. Würde ich gerne. Springen mit X oder so? Oh. Oh oh. Ich... Ich würde nicht in das Wasser da gehen. Ja, würde ich aber nicht. Weil es auch immer da drin ist. Komm, komm. Kann ich hier wieder... Wie soll ich das denn dieses Ding dann treffen? Ich... Ich glaube das... Muss da woanders hin. Ach, ich kann klettern einfach. Ich glaube das Ei muss... Genau. Boah, das habe ich voll absichtlich gemacht. Damit das da... Aber dann musst du es erst hoch machen jetzt. Ja. Oder kannst du den Power-Schuss von da oben da drauf schießen? Äh... Äh... Hast du dich wieder eingesaut? Ja. Kann ich trinken. Wie ich nie lernen. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Danke. Komm, noch einmal. So. So. Power-Schuss. Wuhuuu. Also das muss ich sagen, finde ich cool. Daran konnte ich mich aber auch nicht erinnern. Ich wusste schon, wie die Ausrüstung weggenommen wurde. Und man wieder schießen konnte. Aber ich wusste nicht, ähm... Wie das war. Ah, okay. Also womit man schießen konnte. Ich dachte man hat wieder eine Waffe oder so. Nein. Wir sind so ein kleiner mutierter Junge. Wir sind wirklich so ein bisschen mutiert, ne? Ja schon, ne? Aber wir tun alles für Whisky. Ja. Und wir tun alles für 43ern. Der war so schlecht, ne? Dein Joke. Dein Joke. Badumtsch. Ist ja fast wieder passiert, ne? Nur weil du... Ich mach hier gar nichts. Warte. Ach, du musst mir in unten schießen. Ja. Okay. Glaube ich. Wenn du ja nur gerade ausschießen kannst. Ja. Ich bin stolz auf dich. Das hab ich gehört. Jetzt musst du nur da rüberspringen. Ich verspringen. Erst an die Kante gehen. Ich verspringen. Ja. Ah. Good job. Well played, ne? Komm. Nochmal hoch. Und jetzt lauf nicht so schnell da rüber. Wer weiß was da... Du hast aber Glück gehabt jetzt. Hm. Ist das eine Qualle? Darf ich die berühren? Bestimmt nicht. Ich weiß. Ich geh mal runter. Oh. Das sieht aber auch... Ups. Guck mal. Schuhe und Stoff lässt es über. Das ist ja nett. Vielleicht musst du doch die Qualle berühren. Oder du musst direkt dran vorbei. Ey. Wieso ist denn das... Das hat so ein Sog, ne? Ja. Das hat ein Sog. Wie soll ich das denn machen? Kann man das nicht? Versuch mal mit der Qualle was zu machen. Anzuschießen, oder? Kann man aus dem Wasser schießen? Nee, kann ich nicht. Oh. Ich kann nicht. Oh, nicht springen, ne? Kannst nicht dran. Ja, dann kannst du auf das Vieh schießen. Ach nee, du kannst ja gar nicht auf das Vieh schießen. Unter Wasser schießt nicht. Dann, äh, weiß ich auch nicht. Was bedeutet jetzt einfach, was ich im Screen bin und... Ach, 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 ach. Nein! Aber... Wie geht's denn? Okay, wahrscheinlich kommen wir an dieser Stelle jetzt gar nicht weiter. Wie willst du denn aufsit? Wie du das so hochkriegst? Oh, sehr gut. Und was hast du jetzt anders gemacht? Okay. Runter und zur Seite gedrückt, anstatt nur zur Seite. Ach so. War bitte nicht noch einer. Krieg'n Anfang. Bestimmt. Wo bin ich denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn... Ich kann das so... Nein! I'm fucking kidding. Oh, da ist ne lange Pause dazwischen. Sollte eigentlich... ...möglich sein. Oh mein Gott. Voll die lange Pause dazwischen. Also ich fand die schon lang. Ich wusste nicht, dass der so langsam schwimmt. Jetzt müssen wir bestimmt wieder an dem Ding vorbei. Ja. Ist das so ein schönes Spiel? So ein schönes Spiel. Ist der schneller, wenn der so seitlich schwimmt? Ist das seitlich so unterdrückt? Wir spielen schon fast 40 Minuten. Boah. Übel, ne? Ja. Voll übel. Übel, ne? Krass. So, ich warte hier jetzt und... Nein! Oh! Wie soll ich da vorbei? So, ich? Ja! Ich kann doch nicht mal das... So, du musst jetzt schwimmen lernen. Mach mal dein Seepferdchen hier. Okay. Ja. Also von Z und so hast du nichts gedrückt? Nein, ich hab immer nur zur Seite und so da runter. Okay. Du bist voll schnell. Was? Was? Ja, mein Seepferdchen, du. Das hab ich. Ja, ich muss ab sein. Jetzt musst du noch hier deinen Freischwimmer machen. Äh, muss ich da oben Luft holen vielleicht? Nee. Ich muss trotzdem mal... So. Jetzt geht's da runter. Jetzt geht's da in die Tiefen. Oh mein... Also wo muss ich denn hin? Äh, weiß nicht. Äh, links unten? Da runter. Da würde ich auch denken, aber ich... Ich glaub, du musst da runter. Okay. Bitte lass mich nicht wieder oben anfangen. Bitte. Ich glaub, es sind immer drei Screens. Das ist doch shitty. Mhm. Mhm. Also das kriegen wir jetzt ja mittlerweile hin, ne? Aber diese Anemond-Dinger, da... Ich bin hier schon fest. Ja. Bist du da vorbeigekommen? Bist du mehr Glück als Verstand? Ja, das wird knapp. Was meintest du vorhin noch zu mir? Mehr Glück als Verstand und so? Was sagst du denn jetzt bitte? Ich hab Talent. So, aber jetzt muss ich... Fuck you. Wie mache ich das denn jetzt? Ähm... Ja, mit deinem Talent am besten. Oh Gott. Und jetzt nach unten. Ja, mach ich ja. Tiefe, tiefe, tiefe. Ja, noch ein bisschen. Gott sei Dank. Bitte lass hier ein... 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 Safe Point gewesen sein. Was sieht aus wie ein Safe Point? Ich weiß nicht. Das war ne eklige Ecke hier. Das war toll gemacht mit deinem Talent. Ne? Ja. Oh ja. Hui. Ich bin so, hui. Ah! Ich hab's nicht erwartet. Oh! Ich hab's nicht. Was hat es so richtig? Was im Moment ist das wahrscheinlich allgemein. Es kommt hinzu. Oh ja. Wunsch. Ich hab's nicht mit dem Film.